So, Servus, grüß euch! Haha, jetzt ist ein neuer Video, ich bin wieder am Rückgebogen herum, jawoll! Und ich bin mit meinem Johnny wieder unterwegs. Der Jürgen, der Jürgen vom Fichtelgebirge, der hat einmal gesagt, der hat einmal eingeschrieben als Kommentar, nur echte Helden fahren gelbe Völgen, jawoll! Das ist mein Motto jetzt auch. Also Jürgen, sauber, schreibt zwei da drunter, da geht was! Also, ich mach mich unten, die Sonne geht unten, wie ein Sau! Ein paar Fahrtl habe ich schon unten, aber ein paar habe ich noch zu tun. Wenn du siehst, dann wird es eine Nachtschicht. Im Winter wird es halt schnell im Finster, nicht? Oh, das hilft dir nicht! Ja, da habe ich abgehängt, ja? Abgehängt, alles gestarrert. Weil es Minus 6 Grad hat, da brichtst du die Finger auf, ich sag's euch! Da ist halt alles ein bisschen Akkus geworden, gescheu leer. Wenn es aber so brutal kalt ist, dann sind die Akkus sofort, sofort, kannst du die hinterschmeißen. Da ist wieder Fernbedienung, kannst du vergessen, ja? Hebel sind halt Hebel, mechanische. Oder hydraulische, oder was auch immer. Da ist die Fernbedienung schon ein Nachteil, wenn es kalt ist. Weil die Akkus, wenn sie kalt sind, gehen sie irgendwie, irgendwie, lehnen sie halt nicht so lang. Du musst laden, 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 laden. Und auch wenn du spontan fährst, wenn du spontan fährst, eine Hückebahn fährst, ja, scheiße. Das ist scheiße. Weil dann sind die Akkus leer. So, bin ich wieder herum, jetzt. Das Mutterl geht umschau umeinander, schaut, ob der Kupelfächer drin ist. Jawohl! Da habe ich wieder rausreißen können. Aber zuerst, muss ich erst einmal die Fixlängen zusammenfahren. Ich meine, John Deere, nicht? Ich bin da rückgewogen. Jetzt bin ich dahinter rausgezahlen. Da gibt es Zuschauer, jawohl. Parkbremse rein. Neutraler Anstallung. Angriff! Jawohl! Also, ihr hinkt euch wieder draußen hier. Schaut zu, wie ich auflade. Wir machen ein Fadl voll und alles gut für heute. Zunge geht unter. Ich möchte euch vorstellen. Jetzt ist, wir wissen jetzt. Hauen wir mal. 15.35 Uhr, halber vier. Zunge geht unter. Wir sind ein bisschen im Tal drin. Zunge, Gipfelsun haben wir schon. Das wird wieder kalt. Morgen ist wieder alles zusammengefroren. Morgen haben wir wieder draußen im Forst. Was gefroren hat, weil der Teufel. Dann kommen wir rein ins Feld. Da müssen wir nichts aufarbeiten. Und jetzt Gipfelsun. Das heißt, halber vier Gipfelsun. Kannst nichts machen. Das ist der Winter in Deutschland. Oder? Der Winter in Deutschland ist nicht gescheit kalt. Nicht lang. Keine schöne Sonne. Bloß Sorg wieder. Ja. Also. Ich rede nicht mehr lange übereinander. Ich häng gleich hin. Ich greif an. Also. Siehst du das? Nein. Passt schon. Da habe ich den Helbel drin gehabt. Passt. Also. Stützen runter. Und ab geht der Luzri. Geilter. Zapfwein. Zapfwein. Nur vergessen. Also. Backpass. Jawohl. Jawohl. Das war. Ichumuze. Dane. Bis zum nächsten Mal. Das war. Und dann. Der Untergrund. Gernot. Im. Die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020